Musik Herzlich Willkommen, Ihr Wortschätzchen! Zur Vorbereitung auf den Deutsch-Test für Anfänger A1 stellt das Goethe-Institut eine Wortliste zur Verfügung. Diese Liste wollen wir hier mit ihren Beispielsätzen durchgehen. Zur Festigung des Wortschatzes sollte man sie wiederholen, viel sprechen und oder einen Deutschkurs besuchen. Seid Ihr bereit? Na dann los! Wortliste A1, Teil 9, Buchstaben W bis Z Wandern Wir wandern um den Chiemsee. Wir wandern um den Chiemsee. Wann? Wann bist du fertig? Wann? Wann kann ich sie anrufen? Wann? Wann sind sie geboren? Wann? Wann sind sie geboren? Warten Können sie ein paar Minuten warten? Können sie ein paar Minuten warten? Warten Auf wen warten sie? Auf wen warten sie? Warum? Warum kommt er nicht? Warum kommt er nicht? Was? Was ist das? Was ist das? Was? Was möchten sie? Was möchten sie? Was? Was für eine Farbe möchten sie? Was für eine Farbe möchten sie? Was machen sie? Was? Wo kann ich mir die Hände waschen? Was AWS Marc Wo kann ich mir die Hände waschen? Sich waschen Ich muss morgen waschen Ich muss morgen waschen Das Wasser eins Wasser Ein Glas Wasser, bitte ein Glas Wasser, bitte Wehtun Ich muss zum Arzt, mein Bein tut weh. Ich muss zum Arzt, mein Bein tut weh. Weiblich Kreuzen Sie bitte an, weiblich oder männlich? Kreuzen Sie bitte an, weiblich oder männlich? Der Wein, die Weine. Nein, danke, ich möchte keinen Wein. Weit Zum Bahnhof ist es nicht weit. Weiter Der Bus fährt nicht weiter. Welch Welches Buch möchtest du? Welches Buch möchtest du? Die Welt, die Welten. Es gibt viele Probleme auf der Welt. Es gibt viele Probleme auf der Welt. Wenig Ich habe leider nur wenig verstanden. Ich habe leider nur wenig verstanden. Wenig Er verdient wenig. Er verdient wenig. Wer Wer ist das? Wer ist das? Will Mein Sohn will Arzt werden. Mein Sohn will Arzt werden. Das Wetter Wir hatten schlechtes Wetter. Wir hatten schlechtes Wetter. Wichtig Dieses Formular ist sehr wichtig. Dieses Formular ist sehr wichtig. Wie Wie heißt du? Wie heißt du? Wie Er schreibt wie ein Kind. Er schreibt wie ein Kind. Wie Meine Frau ist so groß wie ich. Meine Frau ist so groß wie ich. Wie 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 soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Wie Wie groß ist die Wohnung? Wie groß ist die Wohnung? Wie Wie bitte? Wie bitte? Wie 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 lange bist du schon hier? Wie Lange Bist Du Schon Hier? Wiederholen Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie Das Bitte Wiederholen? Wiederhören Wir müssen jetzt Schluss machen. Also auf Wiederhören. Wir müssen jetzt Schluss machen. Also auf Wiederhören Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Wie viel Wie viel Milch nehmen Sie? Wie viel Milch nehmen Sie? Willkommen Herzlich Willkommen Herzlich Willkommen Der Wind, die Winde. Der Wind kommt aus Osten. Wir. Wir lernen Deutsch. Wissen. Weißt du, wie er heißt? Wo waren sie im Urlaub? Wo ist die Post? Wo sind sie geboren? Woher? Woher kommen sie? Wohin? Wohin fährt dieser Bus? Wohin? Wohin wollen sie am Wochenende? Wohnen. Ich wohne in München. Die Wohnung. Die Wohnungen. Seit wann haben sie diese Wohnung? Seit wann haben sie diese Wohnung? Wollen. Wollen sie einen Kaffee trinken? Wollen sie einen Kaffee trinken? Das Wort. Die Worte. Ich kenne das Wort nicht. Ich kenne das Wort nicht. Wunderbar. Das Essen schmeckt wunderbar. Zahlen. Zahlen bitte. Zahlen bitte. Die Zeit. Ich habe heute keine Zeit. Zurzeit. Zurzeit habe ich sehr viel zu tun. Die Zeitung. Die Zeitungen. Ich lese gern Zeitung. Die Zigarette. Die Zigaretten. Wie teuer sind die Zigaretten? Wie teuer sind die Zigaretten? Das Zimmer. Die Zimmer. Das Zimmer ist groß. Das Zimmer ist groß. Das Zimmer. Die Zimmer. Öffne im Schlafzimmer das Fenster bitte. Das Zimmer. Die Zimmer. Die Wohnung hat drei Zimmer. Die Wohnung hat drei Zimmer. Das Zimmer. Das Zimmer. Die Zimmer. Ich habe ein Zimmer bestellt. Ich habe ein Zimmer bestellt. Der Zoll. Wir müssen noch durch den Zoll. Wir müssen noch durch den Zoll. Zu. Der Bus fährt zum Bahnhof. Der Bus fährt zum Bahnhof. Zu. Ich gehe zu Fuß. Ich gehe zu Fuß. Zu. Ich bin zu Hause. Zufrieden. Ich bin mit der Wohnung zufrieden. Ich bin mit der Wohnung zufrieden. Zu. Der Zug. Der Zug. Die Züge. Ich fahre gern mit dem Zug. Ich fahre gern mit dem Zug. Zurück. Einmal Frankfurt und zurück. Einmal Frankfurt und zurück. Zurück. Wann kommst du zurück? Zusammen. Sollen wir zusammen essen gehen? Sollen wir zusammen essen gehen? Zusammen. Das macht zusammen 2,80 Euro. Das macht zusammen 2,80 Euro. Zwischen. Zwischen. Heidelberg liegt zwischen Frankfurt und Stuttgart. Frankfurt und Stuttgart. Zwischen. Zwischen 8 und 10 Uhr bin ich zu Hause. Zwischen 8 und 10 Uhr bin ich zu Hause. Das war der 9. Teil der A1-Wortliste des Goethe-Institut. Gibt es Wörter, die ihr besonders schwierig findet oder gerade fandet? Schreibt sie uns doch in die Kommentare. Das PDF zum Video ist wie immer in der Video-Info unten verlinkt. Und wir freuen uns auf eure Kommentare, Kritiken, Fragen, Anregungen und Wünsche. Ihr wollt keine Videos verpassen? Bitte abonniert diesen Kanal und folgt uns. Und damit weiterhin viel Spaß beim Deutsch lernen. Ihr Wortschätzchen.